Hallo, wir sind die Wildops. Auf unserem Kanal werdet ihr verschiedene OPEX Explorations sehen. Das heißt, wir werden alte Gebäude erkunden. Solche Gebäude sind immer sehr interessant, da man nie weiß, was einen erwarten wird. Das werdet ihr auch in unseren Videos sehen, dass wir manchmal nicht wissen, was wir da gesehen haben. Nun wird mein Partner noch etwas dazu erzählen. Diese Gebäude werden zum Beispiel eine alte Brauerei sein, eine alte Rosenkaserne. So, auf jeden Fall wünschen wir, dass ihr viel Spaß haben werdet und die Videos euch gefallen. Auf jeden Fall dann nun Tschüss, bis zum nächsten Mal. Die Wildops. Die Wildops. Die Wildops.